Wenn ihr euch eine oder mehrere IP-Adressen in eurem Heimnetzwerk nicht merken könnt, dann gebt diesen doch einfach einen Namen. Egal ob ihr euren Router, einen anderen PC oder NRS im Heimwerk erreichen wollt, ihr benötigt in der Regel die IP-Adresse des Geräts. Wenn das Gerät eine feste IP-Adresse besitzt, also eine IP, die sich nicht ändert, so könnt ihr bequem über einen selbst festgelegten Namen darauf zugreifen. Das ist im Grunde wie eine Domain im Internet, beispielsweise google.com. Und so funktioniert das Ganze. Wir öffnen den Windows-Editor, allerdings mit Admin-Rechten, da sich die Datei, die wir ändern wollen, in einem geschützten Verzeichnis befindet. Im Editor angekommen, öffnen wir über STRG-Plus-O oder über das Dateimenü folgende Datei. Anmerkung, die Datei heißt einfach nur Hosts und besitzt keine Dateiendung. Wir sehen jetzt folgendes vor uns. Hier könnte es bei euch möglicherweise anders aussehen. Das liegt daran, dass auch manche Programme hier eigene Einträge erzeugen. Was ihr hier seht, ist der Standard. Bevor wir einen neuen Eintrag anlegen, schauen wir uns kurz an, wie diese eingetragen werden müssen. Wir haben hier bereits ein paar Beispiele, die aber deaktiviert sind. Dass diese nicht aktiv sind, erkennt man an dem Raute-Zeichen am Anfang der Zeile. Dieses Raute-Zeichen wird als Alles ab hier ignorieren behandelt. Auf diese Weise kann man später einfach einen Eintrag deaktivieren, indem man dieses Zeichen an den Anfang der Zeile des Eintrages setzt. Durch das Entfernen des Raute-Zeichens schalten wir einen Eintrag aktiv. Das Format des Eintrags ist simpel. Zuerst kommt die IP-Adresse und dann, nach mindestens einem Leerzeichen, der gewünschte Name, über den man die IP-Adresse erreichen möchte. Mit dem gerade erwähnten Raute-Zeichen kann man hier, falls notwendig, auch noch einen Kommentar hinter den Eintrag schreiben. Ich lege hier nun einen Beispieleintrag an, der mich direkt auf meinen Router schickt. Der Router besitzt die relativ übliche IP-Adresse 192.168.01. Als nächstes kommt der Name, über den die IP-Adresse erreichbar sein soll. Man kann einfach einen Namen wie Router benutzen. Das führt aber dazu, dass man diesen nur aus der Eingabeaufforderung von Windows aufrufen kann. Damit der Name auch im Browser funktioniert, benötigt er am Ende eine gültige TLD, also beispielsweise de, com oder link. Ohne diesen TLD-Anhang würde der Browser je nach Konfiguration eine Suche starten. Ich verwende hier .link. Fertig. Jetzt noch die Host-Datei mit STRG plus S oder über das Dateimenü speichern und unser Eintrag ist direkt funktionsfähig. Öffne ich jetzt beispielsweise den Edge-Browser und gebe in die Adressleiste router.link ein, dann lande ich in der Konfiguration bzw. der Anmeldung zu meinem Router. Auf diese Weise kann man sich beliebige Einträge selber bauen. Das funktioniert natürlich auch, wenn ihr beispielsweise einen Surfer gemietet habt, aber keine Domain, sondern nur die IP-Adresse besitzt. Einfach die IP-Adresse und einen passenden Namen eingeben und ihr erreicht, jedenfalls von eurem PC aus, diesen Surfer. Das funktioniert natürlich auch. Und das war's. Lasst mir ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr das tut. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.